Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der Kreuzfahrtnachrichten im neuen Jahr 2024 und wir schauen auf folgende Themen. Blick ins vergangene Jahr 2023. Welche Kreuzfahrtredereien und Schiffe waren besonders hygienisch? Hier liegen nun Zahlen vor. Die Mein Schiff 2 ist in der Werft. Auch darauf richten wir unseren Blick. Genauso wie auf den Fußballstar Neymar, der auf einem MSC-Kreuzfahrtschiff mit über 4000 Gästen gefeiert hat. Silvester vor Madeira, das jedes Jahr ein ganz besonderes Thema. Auch da geht unser Blick heute drauf. Genauso wie auf den heimlichen Ausbau von Starlink-Internet auf der MSC-Flotte. Princess Cruises fährt 2024 mit einer XXL-Flotte nach Alaska. Und ein Thema, das uns bekannt vorkommt, aber doch wieder neu aufgerollt wird. Eine dreijährige Weltreise mit einem Kreuzfahrtschiff soll im Mai starten. Und damit noch einmal herzlich willkommen im neuen Jahr zu einer neuen Ausgabe der Kreuzfahrtnachrichten. Heute am 4. Januar. Schön, dass du mit dabei bist und solltest du diesen Kanal hier noch nicht abonniert haben, hol das gerne jetzt direkt nach. Dann bleibst du in diesem Jahr bestens informiert. Zuerst schauen wir auf ein Thema, das viele von euch beschäftigt. Wie hygienisch geht es eigentlich auf Kreuzfahrtschiffen zu? Und das wird zumindest in den USA jährlich überprüft, sogar zweimal jährlich. Denn hier überprüft die Gesundheitsbehörde, die CDC, die ein- und ausfahrenden Kreuzfahrtschiffe. Im vergangenen Jahr erzielten 30 Kreuzfahrtschiffe die volle Punktanzahl, sprich 100 Punkte. Und insgesamt haben 11 verschiedene Kreuzfahrtlinien Schiffe im Petto gehabt, die mit 100 von 100 Punkten abgeschnitten haben. Die unangekündigten Gesundheitsinspektionen, die finden zweimal jährlich statt und werden auf den Kreuzfahrtschiffen durchgeführt. In US-Kreuzfahrthäfen und diese Inspektionen, die dauern 6 bis 8 Stunden. Unter anderem werden hierbei die medizinischen Einrichtungen, die Trinkwassersysteme, Schwimmbäder und Whirlpools, die Speisesäle, die Kinderaktivitätenräume, Hotelunterkünfte, Lüftungssysteme und die Gemeinschaftsräume des Schiffes überprüft. In diesem Jahr besonders auffällig, Carnival Cruise Line, Celebrity Cruises und Norwegian Cruise Line, die je mit 5 Kreuzfahrtschiffen hier die volle Punktzahl erreicht haben. Aber auch weitere Beispiele zeigen, dass auch andere Redereien 100 Punkte erreicht haben. MSC Seascape, Silvermoon oder die Spirit of Discovery oder auch die Disney Wonder und die Disney Fantasy waren unter den Schiffen. Aber nicht alle haben diese volle Punktzahl erreicht, insgesamt 30 Kreuzfahrtschiffe. Die Mein Schiff 2 befindet sich aktuell in der Werft, aktuell also keine Gäste auf dem Kreuzfahrtschiff, das aktuell ja im Orient liegt, um genau zu sein, in Dubai. Die Mein Schiff 2, die hat noch die Silvesterkreuzfahrt absolviert. Kurz danach gingen dann die Gäste von Bord kurz nach Silvester und nun, wie wir sehen können, befindet sich das Schiff im Trockendock in Dubai. Und hier kommt es nun zu einem planmäßigen Werftaufenthalt. Das Schiff ist ja 2019 ausgeliefert worden von der Meierwerft in Turku. Das sind jetzt also rund 5 Jahre und dementsprechend geht es jetzt hier in das Trockendock in Dubai. Hier wird wahrscheinlich die Schiffsklassifizierung neu gemacht bzw. erneuert. Und natürlich auch optische Instandsetzungsarbeiten kommen hier zu Trage. Weiter soll es dann gehen am 15. Januar. Bis dahin entfallen also Kreuzfahrten, aber am 15. Januar geht es dann weiter, in 11 Tagen also. Neymar feiert mit 4000 Gästen auf der MSC Preziosa. Ein Trend, den es in den letzten Jahren immer häufiger gibt, sind sogenannte Themenkreuzfahrten, häufig mit Blick auf Musiker oder eben auf Partys. Und das hat man nun auch bei MSC verwirklicht mit einer Kreuzfahrt, bei der das Kreuzfahrtschiff MSC Preziosa verchartert wurde. Und der Fußball-Welster Neymar hat hier für drei Tage, nämlich vom 26. bis zum 29.12. auf die Preziosa eingeladen, zu einer ganz besonderen Kreuzfahrt. Das Ganze wurde auch als Neymar-Kreuzfahrt vermarktet, ist natürlich dann auch ein Grund, um höhere Preise zu nehmen. Die lagen nämlich für die drei Tage zwischen 6000 Euro im Maximum und 1000 Euro im Minimum. Also schon ein ordentlicher Preis für drei Tage Kreuzfahrt, je nach Kabinenkategorie. Über 30 Konzerte gab es an Bord mit vielen Gast-DJs und natürlich eben auch mit dem Fußballstar Neymar. Silvester vor Funschall, ein Thema, das jedes Jahr aufkommt, denn viele Kreuzfahrtgesellschaften möchten ihr Schiff vor Funschall präsentiert haben, beziehungsweise möchten die besten Positionen haben, um das Feuerwerk den Gästen anbieten zu können. Das Jahr auf Madeira immer ganz besonders inszeniert wird. In diesem Jahr haben es acht Kreuzfahrtschiffe geschafft, hier im Wettkampf um die besten Plätze, einen Platz vor Funschall zu ergattern. Aus Deutschland waren gleich drei Schiffe mit dabei. Die Aida Cosma, die Mein Schiff 1 und die Mein Schiff 3. Die Gäste konnten hier das Feuerwerk rund um Funschall bestaunen. Aber auch weitere Kreuzfahrtschiffe wie die MS Borealis von Fred Olsen Cruise Line, die Queen Victoria, die Marella Explorer oder auch die Spirit of Adventure von Saga Cruises waren mit dabei. Auch die Arcadia von P&O Cruises, ja auch QNUD mit der Queen Victoria. Also hier wurde dieses Jahr wieder einiges geboten. Ganze acht Schiffe vor Funschall. Princess Cruises steht vor einer XXL Alaska Saison. Wie man nun angekündigt hat, wird man in diesem Jahr wieder die Nummer 1 Kreuzfahrt-Reederei sein, wenn es um Alaska-Kreuzfahrten geht. Princess Cruises ist da so oder so schon seit Jahren in diesem Segment tätig. Und man versteht sich selber hier als der Anbieter schlechthin für Alaska-Kreuzfahrten. In diesem Jahr sollen sieben Kreuzfahrtschiffe der Flotte von Princess Cruises nach Alaska fahren. Insgesamt sollen es 158 Alaska-Kreuzfahrten werden. Insgesamt werden 14 verschiedene Routen für dieses Jahr angeboten. 17 Reiseziele wird Princess Cruises im Jahr 2024 in Alaska besuchen. Und die Preise, die starten bereits bei 399 US-Dollar pro Person bei einer Doppelbelegung. Wenn vier Gäste in einer Kabine sind, in dem Fall in einer Innenkabine, dann geht es bereits bei 249 US-Dollar pro Person los. Im Jahr 2023 erreichte Princess Cruises die höchste Zufriedenheitsrate aller Zeiten. Ob das durch diese besonderen Kreuzfahrten in diesem Jahr nochmal gesteigert werden kann, das werden wir dann Ende des Jahres sehen. Aktuell häufen sich die Erkenntnisse, dass MSC Cruises heimlich auf der Kreuzfahrtflotte schnelles Internet ausbaut. Auf zwei Kreuzfahrtschiffen gibt es nun zumindest wohl schnelles Internet. Das zeigen Geschwindigkeitstests von Gästen. Und zwar handelt es sich hierbei um die Schiffe MSC Euribia und MSC Poesia. Heimlich dürfte also MSC das Starlink-Internet nun auf der gesamten Flotte ausbauen. Auf welchen Schiffen genau das aktuell bereits der Fall ist, hat man offiziell noch nicht mitgeteilt. Aber klar ist, laut Speedtests und laut Providerangaben gibt es bei zwei Kreuzfahrtschiffen nun definitiv bei MSC schnelles Internet. Erfreulich also für alle, die an Bord der Kreuzfahrtschiffe arbeiten möchten. Kommen wir zum Schluss zu einem Thema, das uns im vergangenen Jahr viel begleitet hat. Da ging es ja um ein ehemaliges AIDA-Schiff, das umgebaut werden sollte für eine neue Kreuzfahrtgesellschaft, um dann auf eine dreijährige Weltreise zu gehen. Daraus wurde nichts. Nun steht aber ein neuer Anbieter mit der gleichen Idee in den Startlöchern, nämlich die neue Kreuzfahrtlinie Villavie Residence, mit der man ab Mai oder die ab Mai 2024 zu einer dreijährigen Weltreise starten will. Man hat nun ein altes Kreuzfahrtschiff von Fred Olsen Cruise Lines gekauft, um im Mai auf Weltreise zu starten. Auch das übrigens wieder ein sportlicher Zeitplan. Aber mit 924 Gästen soll es dann losgehen im Mai diesen Jahres. Und ihr seht im Hintergrund mal die ganzen Häfen. Es ist wirklich eine unglaublich lange Liste. Aber spannend dabei, dass es sehr wenig Seetage gibt, sondern überwiegend wird man immer für mehrere Tage im Hafen sein. Das an der Stelle also wirklich spannend. Teilweise ein Monat lang nur Häfen, keine Seetage. Also hier ist man zumindest, was das Thema Landgang angeht, hier wirklich gut aufgestellt. Ja, man hat das Ganze in die Vermarktung gegeben. Kreuzfahrtschiff ist nun gekauft. Im Mai soll es losgehen. Das werden wir hier natürlich begleiten. Spannend dabei, los geht es bereits ab 99.999 US-Dollar für die Innenkabine. Für die Balkonkabine werden 249.999 US-Dollar dann nötig sein. Aber das Interessante dabei, das ist nur der Preis für die Kabine. Es kommen dann monatliche Gebühren dazu. In der Innenkabine 3.500 Dollar, Mehrblickkabine 5.000 US-Dollar pro Person, Balkonkabine 8.000 US-Dollar pro Person. Das Ganze kommt an monatlichen Kosten noch oben drauf. Bei Alleinreisenden, die müssen eine ganz normale Doppelbelegung zahlen, bekommen allerdings 1.000 US-Dollar Rabatt. Ja, was ist jetzt bei diesen Preisen mit dabei? Beispielsweise eben 250 US-Dollar für die Balkonkabine plus eine monatliche Gebühr von 8.000 US-Dollar. Dafür bekommt man dann hier ausgestattete Wohnräume, 24 Stunden Zimmerservice, eigenes Badezimmer, Hochgeschwindigkeitsinternet, Arbeitsräume, um eben an Bord auch normal arbeiten zu können. Dann gibt es hier einen Mini-Kühlschrank, medizinische Unterstützung rund um die Uhr, Housekeeping, Wäsche und chemische Reinigung, private Lagerung, natürlich Restaurants mit Essen und Trinken an Bord. Aber auch, man wirbt hier mit Klimatisierung und auch weiteren hier Bereichen an Bord, wo man sich eben wohlfühlen soll und wo man auch arbeiten kann. Ein Plan, der uns also sehr bekannt vorkommt, der ja letztendlich gescheitert ist. Hier nun also ein neuer Anlauf mit einer neuen Reederei Villavie Residence. Ob das Ganze klappt, das werden wir Ende Mai dann wohl sehen, ob das Kreuzfahrtschiff tatsächlich starten wird. Ja, welches Kreuzfahrtschiff geht es für euch 2024? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Welche Reedereien habt ihr euch ausgeguckt? Welche Schiffe habt ihr bereits gebucht? Gerne unten rein damit. Und jetzt wünsche ich euch ein erfolgreiches Jahr 2024. Lasst gerne ein Abo und eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.